In Brasilien sorgt ein besonders brutaler Bankraub für Aufsehen. Am Montagabend hatte eine Bande eine Filiale in der Stadt Criciúma überfallen. Die Räuber zündeten Sprengsätze, um in die Bank zu gelangen und schossen mit großen Kalibern auf die Polizei. Die Täter warfen außerdem mit Bargeld um sich, das danach von Anwohnern aufgelesen wurde. Die Polizei konnte umgerechnet 125.000 Euro sicherstellen. Am Tag darauf sicherten Sprengstoffexperten den Tatort. Bei dem Überfall wurden zwei Menschen verletzt. Brasilianische Medien berichteten, dass 30 Menschen in den Banküberfall involviert gewesen sein sollen.